Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Dodge. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. In diesem Auto sind sie vom Komfort umgeben. Es ist mit Luftfederung, Vorderersitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Dieses Auto verfügt über ABS, eine Rückfahrkamera und ESP. Die Liste der Optionen umfasst auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017